Stellen Sie sich eine blühende Stadt vor, voller Leben und Bewegung, wo der Handel blüht und die Menschen in Komfort und Überfluss leben. Dies ist Laodicea, eine antike Stadt, die für ihren Reichtum und wirtschaftlichen Erfolg bekannt war. Inmitten dieser Stadt gab es eine Kirche, die ebenfalls wohlhabend zu sein schien. Ihre Mitglieder trugen feine Kleider und genossen einen hohen Status in der Gesellschaft. Doch trotz all ihres scheinbaren Erfolgs hatte diese Kirche ein ernsthaftes Problem. Sie war spirituell lauwarm. Jesus, in seiner Offenbarung an Johannes im Buch der Offenbarung, sandte eine klare und direkte Botschaft an diese Kirche. Er sagte, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Wäre es doch, dass du kalt oder heiß wärst. So, weil du lauwarm bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Offenbarung 3, 15, 16. Diese Worte sind äußerst stark und spiegeln Jesu tiefe Enttäuschung über den spirituellen Zustand dieser Kirche wieder. Spirituelle Lauheit bedeutet, sich in einem Zustand der Gleichgültigkeit und Selbstzufriedenheit zu befinden. Die Kirche von Laodicea war weder leidenschaftlich in ihrer Liebe und Hingabe zu Gott, noch war sie völlig abgewandt. Sie befanden sich in der Mitte, ohne echte Leidenschaft für Gott, aber auch ohne totale Ablehnung. Dieser Zustand der Lauheit wird mit einem Getränk verglichen, das seine ideale Temperatur verloren hat. Ein heißes Getränk ist tröstlich und ein kaltes Getränk ist erfrischend, aber ein lauwarmes Getränk ist geschmacklos und unangenehm. Ebenso war die spirituelle Lauheit der Kirche von Laodicea für Jesus abscheulich. Er kannte die Werke dieser Kirche, ihre Aktivitäten und Handlungen, sah aber über die äußeren Erscheinungen hinaus. Er sah das Herz und den wahren spirituellen Zustand ihrer Mitglieder. Trotz der guten Werke, die gemacht worden sein könnten, fehlte ihnen die Hitze und echte Leidenschaft. Sie waren mit ihrer Situation zufrieden, glaubten, dass ihr materieller Wohlstand ausreiche. Doch in Wahrheit waren sie spirituell leer und weit entfernt von Gott. Diese Botschaft dient nicht nur als Warnung für die Kirche von Laodicea, sondern für alle Kirchen und Christen über die Zeiten hinweg. Jesus fordert uns auf, über unseren eigenen spirituellen Zustand nachzudenken. Sind wir leidenschaftlich in unserer Liebe und Hingabe zu Gott oder sind wir in die Falle der spirituellen Lauheit gefallen? Gleichgültigkeit und Selbstzufriedenheit können sich leicht in unser Leben einschleichen, besonders wenn wir mit unserer aktuellen Situation zufrieden und wohl fühlen. Um diesen Zustand der Lauheit zu vermeiden, ist es wesentlich, eine tiefere und authentischere Beziehung zu Gott zu suchen. Unseren Eifer und unsere Hingabe ständig zu erneuern. Wir müssen auf unser spirituelles Leben achten, sicherstellen, dass unser Glaube lebendig und lebhaft ist und nicht nur eine Fassade von Erfolg und Wohlstand. Stellen wir uns noch einmal unsere heutige Welt vor. Viele Kirchen und Gemeinden in verschiedenen Teilen der Welt befinden sich in einem ähnlichen Zustand wie die Kirche von Laodicea. Obwohl sie nach außen hin erfolgreich und wohlhabend erscheinen mögen, stehen sie oft vor der gleichen Versuchung der spirituellen Selbstzufriedenheit, die die Laodicea plagte. Heute, wie zur Zeit von Laodicea, gibt es eine gefährliche Tendenz, spirituellen Erfolg anhand des materiellen Reichtums zu messen. Kirchen mit großen Tempeln, luxuriöser Infrastruktur und aufwendigen Programmen können leicht der Illusion verfallen, dass ihr finanzieller Wohlstand ein Beweis göttlichen Segens ist. Doch diese Konzentration auf das Materielle kann dazu führen, dass der wichtigste Aspekt des Glaubens vernachlässigt wird, eine wahre und intime Beziehung zu Gott. Denken Sie darüber nach, wie sich dies im Alltag der heutigen Kirchen manifestiert. Gemeinden können stolz auf ihre beeindruckenden Gebäude, ihre sozialen Aktivitäten und die großen Veranstaltungen sein, die sie organisieren. Es ist üblich, erfolgreiche Spendenaktionen zu sehen, die physische Verbesserungen an der Kirche ermöglichen. Aber was ist mit der spirituellen Verbesserung der Mitglieder? Oftmals geht die Leidenschaft und Begeisterung für das Wort Gottes inmitten des Glanzes materieller Errungenschaften verloren. Wie die Kirche von Laodicea laufen viele heutige Kirchen Gefahr, spirituell lauwarm zu werden. Die Botschaft Jesu an Laodicea ist eine mächtige Erinnerung daran, dass wahrer Reichtum nicht in materiellen Gütern liegt, sondern in der Tiefe unserer Beziehung zu Gott. Es spielt keine Rolle, wie erfolgreich eine Kirche in den Augen der Welt erscheinen mag. Wenn es an spirituellem Eifer mangelt, ist sie in den Augen Gottes arm. Und wie manifestiert sich diese Lauheit? Sie kann in der Art und Weise sichtbar werden, wie die Kirchenmitglieder an Gottesdiensten und Aktivitäten teilnehmen. Anstatt einer lebendigen und leidenschaftlichen Anbetung könnte ein Gefühl der Pflicht und Routine herrschen. Das Gebet, das ein Moment tiefer Verbindung mit Gott sein sollte, kann zu einer leeren Formalität werden. Das Lesen und Studieren der Bibel kann oberflächlich sein, ohne das echte Streben nach Verständnis und Anwendung der Schrift im täglichen Leben. In der wohlhabenden Stadt Laodicea lebten die Einwohner in einem Zustand großen materiellen Komforts und Sicherheit. Auch die örtliche Kirche war keine Ausnahme. Ihre Mitglieder prahlten mit ihrem Reichtum und Erfolgen, überzeugt davon, dass diese irdischen Segnungen Zeichen ihrer göttlichen Gunst und spirituellen Sicherheit waren. Sie sagten zueinander voller Selbstvertrauen, ich bin reich, habe alles in Fülle und brauche nichts. Die Stadt war für ihren blühenden Handel bekannt, insbesondere für die Produktion feiner Wollkleidung und Medikamente. Die Kirchenkassen waren voll und ihre Mitglieder konnten es sich leisten, komfortable und reichliche Leben zu führen. Sie kleideten sich gut, nahmen an prestigeträchtigen gesellschaftlichen Veranstaltungen teil und besuchten Gottesdienste in einem prächtigen Tempel, der mit allen äußeren Zeichen des Erfolgs geschmückt war. Doch inmitten dieses scheinbaren Wohlstands fehlte etwas Entscheidendes. Sie erkannten nicht, dass ihr materieller Reichtum ihren wahren geistigen Zustand nicht widerspiegelte. Dieses falsche Gefühl der Selbstgenügsamkeit hatte die Gemeinde für ihren tatsächlichen Zustand vor Gott blind gemacht. Jesus, der das Herz jedes Mitglieds der Kirche von Laodizea kannte, ließ sich von den äußeren Erscheinungen nicht täuschen. In seiner offenbarenden Botschaft sagte er, Du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und nackt bist. Offenbarung 3, 17 Diese harten und durchdringenden Worte zielten darauf ab, die Kirche aus ihrer gefährlichen Illusion zu wecken. Lassen Sie uns diese kraftvolle Metapher noch etwas vertiefen. Als Jesus die Kirche als Elend bezeichnete, wies er auf die wahre geistige Not hin, die sich unter der Fassade des materiellen Erfolgs verbarg. Sie waren jämmerlich, weil sie trotz all ihres Reichtums die wahre, dauerhafte Freude vermissten, die nur eine tiefe Beziehung zu Gott bieten kann. Sie waren arm, denn obwohl sie materiellen Überfluss hatten, fehlte ihnen der wahre geistige Reichtum, der aus einem Herzen voller Glaube, Liebe und Hingabe kommt. Blind zu sein bedeutete, dass die Laodizeer ihre eigene Lage nicht sehen konnten. Sie waren so in ihre Errungenschaften und Besitztümer vertieft, dass sie die Notwendigkeit von Buße und geistiger Erneuerung nicht mehr erkennen konnten. Und nackt waren sie, weil sie ohne die Kleider der Gerechtigkeit Christi in ihrer wahren Verletzlichkeit und Sünde bloßgestellt waren. Diese Botschaft Jesu ist eine klare und dringende Warnung. Die Illusion der Selbstgenügsamkeit kann für jeden von uns eine gefährliche Falle sein. Wenn wir mehr auf unsere materiellen Güter und unsere eigenen Fähigkeiten vertrauen als auf Gott, laufen wir Gefahr, geistig blind und verletzlich zu werden. Wir müssen uns ständig daran erinnern, dass unsere wahre Sicherheit und unser Reichtum aus einer engen und abhängigen Beziehung zu Gott kommen. Die Kirche von Laodizea zeigt uns, dass wir uns nicht von den äußeren Erscheinungen des Erfolgs täuschen lassen sollten. Wir müssen unsere Herzen und unser geistiges Leben ehrlich prüfen und erkennen, dass wir ohne Gott wirklich arm, blind und nackt sind. Der Wohlstand, der eigentlich ein Segen sein sollte, wurde zu einem Hindernis, das den Fokus von spirituellem Wachstum und Heiligkeit ablenkte. Stellen Sie sich die Mitglieder dieser Kirche vor, wie sie stolz auf ihre Errungenschaften durch die belebten Straßen von Laodizea wandeln. Sie versammelten sich in ihren schönen Häusern, diskutierten über die Gewinne ihrer Geschäfte und die neuesten Marktnachrichten. Ihre Gespräche drehten sich um Investitionen, Eigentum und materielle Güter. Wirtschaftlicher Wohlstand war das Hauptthema, sowohl in ihrem persönlichen Leben als auch bei Kirchenversammlungen. Innerhalb der Kirche manifestierte sich diese Weltlichkeit auf verschiedene Weise. Der Tempel war luxuriös dekoriert mit feinen Materialien und einer beeindruckenden Infrastruktur. Die Zeremonien waren prächtig und es wurde viel Mühe darauf verwendet, mit dem äußeren Erscheinungsbild zu beeindrucken. Doch mitten in all diesem Glanz fehlte etwas Wesentliches, die echte Suche nach Gottes Gegenwart. Die Predigten und Lehren spiegelten oft diese verzerrte Priorität wider. Doch diese Perspektive war zutiefst irreführend. Jesus, der die Kirche von Laodicea beobachtete, sah über die äußeren Erscheinungen und materiellen Besitztümer hinaus. Er wusste, dass diese Betonung auf Materialismus die spirituelle Essenz der Gemeinde untergrub. Indem sie so sehr auf wirtschaftlichen Wohlstand fokussierten, vernachlässigten die Kirchenmitglieder die Notwendigkeit eines Lebens im Gebet, der Buße und aufrichtiger Hingabe. Die Weltlichkeit in der Kirche von Laodicea war ein gefährlicher Trend, denn den spirituellen Erfolg anhand von materiellem Überfluss zu messen, ist ein grundlegender Fehler. Wahre spirituelle Reichtümer können nicht in Begriffen von Besitz oder Geld gemessen werden. Sie finden sich in einem Herzen, das aufrichtig nach Gott sucht, das Heiligkeit schätzt und bereit ist, sich von den Versuchungen der Welt abzuwenden, um sich seinem Schöpfer mehr zu nähern. Die Gleichgültigkeit gegenüber spiritueller Wahrheit ist ein auffälliges Merkmal. Stellen Sie sich eine Gruppe von Menschen vor, die regelmäßig den Tempel besucht, sich jedoch wenig um die tiefen biblischen Wahrheiten und Gotteswarnungen kümmert. Sie hören die Schriften, aber die Worte dringen nicht in ihre Herzen ein. Es ist, als wären sie physisch anwesend, aber ihre Herzen und Gedanken sind weit entfernt. Diese Gleichgültigkeit gegenüber der spirituellen Wahrheit ist ein klares Zeichen von Lauheit. Viele sind mit einer oberflächlichen Form des Christentums zufrieden. Sie nehmen an Gottesdiensten teil, singen Hymnen und hören Predigten, aber ohne echtes Engagement oder innere Verwandlung. Das Wissen um Gottes Wort ist für alle zugänglich, doch nur wenige widmen sich dem tiefen Studium und der Anwendung seiner Lehren in ihrem täglichen Leben. Stellen wir uns ein typisches Szenario vor. Während der Gottesdienste liest der Pastor oder Kirchenleiter die Schrift und mahnt die Mitglieder, nach Gottes Geboten zu leben. Er spricht über die Bedeutung der Buße, des eifrigen Gebets und der Suche nach Heiligkeit. Aber anstatt von diesen Worten berührt und verwandelt zu werden, nicken viele Gemeindemitglieder nur mit dem Kopf, als ob sie zustimmen würden, ohne dass diese Worte eine echte Wirkung in ihrem Leben hinterlassen. Sie könnten den Tempel verlassen und innerhalb von Minuten zu ihren täglichen Routinen zurückkehren, ohne über das nachzudenken, was sie gehört haben. Ihr christliches Leben ist oberflächlich, eine Formalität, die ihre Handlungen oder Entscheidungen im Alltag nicht beeinflusst, ihre Gleichgültigkeit gegenüber der spirituellen Wahrheit führt dazu, dass sie göttliche Warnungen ignorieren, als wären diese Warnungen an andere gerichtet und nicht an sie selbst. Diese Haltung der Geringschätzung gegenüber der offenbarten Wahrheit ist zutiefst gefährlich. Wenn Gottes Warnungen ignoriert werden, verhärtet sich das Herz und das Gewissen stumpft ab. Jesus in seiner Botschaft, die sowohl die heutigen Tage als auch die Mitglieder der Kirche von Laodizea widerspiegelt, versuchte die schlafenden Christen zu wecken. Er wollte, dass sie die Schwere ihrer spirituellen Lage erkennen und sich mit einem reuigen und veränderungswilligen Herzen zu ihm wenden. Er wusste, dass ohne ein echtes Engagement für Gottes Wort die Kirche weiter verfallen und sich vom wahren Zweck, zu dem sie berufen war, entfernen würde. Diese Priorisierung von Reichtum und materiellen Gütern über das spirituelle Leben führt zu einem schwachen und oberflächlichen Glauben. Anstatt spirituelles Wachstum zu suchen, sind viele Christen mehr daran interessiert, ihren Besitz zu erhalten und zu mehren. Das christliche Gemeinschaftsleben, das eine Stütze des gegenseitigen Supports und Wachstums sein sollte, schwächt sich ab, da sich jeder mehr auf seine persönlichen Interessen konzentriert. Die Bindung an Materialismus hat tiefgreifende Konsequenzen. Jesus sah diese Situation in seiner Botschaft an die Kirche von Laodicea klar. Er wusste, dass der Materialismus das spirituelle Leben der Kirche zu jener Zeit erstickte. Seine Mitglieder waren blind für die Tatsache, dass sie trotz ihres materiellen Reichtums spirituell arm waren. Sie konnten nicht erkennen, dass ihre Besitztümer die Lehre nicht füllen konnten, die nur eine tiefe Beziehung zu Gott füllen könnte. Das dient uns heute als mächtige Warnung. In einer Welt, in der Materialismus oft verherrlicht wird, ist es leicht in die gleiche Falle zu tappen. Wir können so darauf fokussiert sein, Güter und Reichtümer anzuhäufen, dass wir unser spirituelles Leben vernachlässigen. Wir mögen unsere mangelnde Zeit für Gott mit unseren Arbeitsverpflichtungen und finanziellen Obliegenheiten rechtfertigen. Aber indem wir das tun, lassen wir zu, dass unser Glaube schwächer wird. Jesus ruft uns dazu auf, unsere Prioritäten neu zu bewerten. Er erinnert uns daran, dass der wahre Reichtum nicht in unseren materiellen Besitztümern liegt, sondern in unserer Beziehung zu ihm. Wir sollten zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen, wissend, dass uns alle anderen Dinge hinzugefügt werden. Wenn wir Gott an erste Stelle setzen, richten sich unsere Leben nach seinen Zielen aus. Und wir finden einen Frieden und eine Zufriedenheit, die Geld niemals bieten kann. Die Kirche von Laodicea ist wie eine Einladung, über unser eigenes Leben nachzudenken. Lassen wir zu, dass Materialismus uns vom spirituellen Wachstum ablenkt. Priorisieren wir unseren Besitz über unsere Beziehung zu Gott? Mögen wir aus den Fehlern der Laodicea lernen und ein Leben echter Hingabe und Verpflichtung zu unserem Schöpfer anstreben? Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einer Situation, in der Sie denken, dass alles in Ordnung ist. Aber jemand, der tiefer sieht als Sie, weist darauf hin, dass etwas schrecklich falsch ist. Genau das geschah mit der Kirche von Laodicea. Trotz ihres materiellen Reichtums erkannte Jesus den wahren spirituellen Zustand dieser Kirche und bot einen Weg der Rückkehr an. Jesus, in seiner unendlichen Weisheit und Liebe, identifizierte nicht nur das Problem, sondern lieferte auch eine klare Lösung. Er sagte, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert wurde, damit du reich wirst. Weiße Kleider, damit du dich kleidest und die Schande deiner Nacktheit nicht offenbar wird. Und salbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Offenbarung 3, 18 Jedes Element dieser Passage ist voll von tiefer und symbolischer Bedeutung. Zuerst rät Jesus, geläutertes Gold zu kaufen. Dieses Gold repräsentiert den wahren spirituellen Reichtum, der gereinigt und wertvoll ist. Im Gegensatz zu materiellen Reichtümern, die verloren gehen oder korrodieren können, ist spirituelles Gold dauerhaft und echt. Es ist eine Einladung an die Laodiziner, ewige Werte zu suchen, anstatt sich an vergänglichen Reichtümern festzuhalten. Dann erwähnt er die weißen Kleider. In der Bibel symbolisieren weiße Kleider Reinheit und Gerechtigkeit. Die Kirche von Laodizia, trotz ihrer teuren und eleganten Kleidung, war spirituell nackt. Jesus fordert sie auf, sich mit seinen weißen Kleidern zu bekleiden, die Schande ihrer spirituellen Nacktheit mit der Reinheit und Gerechtigkeit zu bedecken, die nur er bieten kann. Es ist ein Aufruf, die Sünde zu verlassen und ein Leben in Heiligkeit und Rechtschaffenheit zu suchen. Schließlich spricht Jesus von der Salbe, um die Augen zu salben. Laodizia war bekannt für sein medizinisches Zentrum und seine heilende Salbe, aber spirituell waren seine Mitglieder blind. Sie benötigten die spirituelle Salbe Jesu, um ihre Augen zu öffnen und ihren wahren Zustand zu erkennen. Diese Salbe repräsentiert die spirituelle Erleuchtung, die durch den Heiligen Geist kommt, und ermöglicht ihnen, die Wahrheit Gottes und ihre eigene Notwendigkeit zur Buße und Erneuerung klarzusehen. Jesus mit seiner Barmherzigkeit erweitert diese Einladung zur Buße. Er möchte nicht, dass die Kirche in ihrem Zustand der Lauheit verbleibt. Stattdessen möchte er, dass sie sich ihm zuwendet, ihre Begeisterung und ihr Engagement erneuert. Es ist ein Aufruf zum spirituellen Erwachen, die Selbstzufriedenheit zu verlassen und eine lebendige und dynamische Beziehung mit Gott zu suchen. Dies ist das Wesen von Jesu, Ruf zur Buße. Er bietet uns eine neue Chance, eine Gelegenheit, uns mit einem reinen Herzen und einem erneuerten Geist zu ihm zu wenden. Er möchte, dass wir die Illusion der Selbstgenügsamkeit und Weltlichkeit ablegen und uns mit seiner Gerechtigkeit bekleiden, indem wir den wahren Reichtum suchen, den nur er geben kann. Für uns heute ist die Botschaft klar. Wir müssen ständig unseren spirituellen Zustand bewerten und bereit sein, auf Jesu Ruf zur Buße zu hören. Es ist eine Einladung, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen, seiner Wahrheit nachzugehen und nach seinen Prinzipien zu leben, im Wissen, dass wir in seiner Gegenwart den wahren Reichtum, Reinheit und spirituelle Sicht finden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!